Lustvoll geflutet – Cosimas ausrangierte Matratze Der Umzug ist vollbracht. Ein letztes Mal übernachtet Cosima in der alten Wohnung. Ihre Harnblase ist prall gefüllt und sie hat einen neuen, prächtigen Dildo im Gepäck. Beim Spiel mit dem Sextoy und den erregenden Gedanken an ihren zukünftigen Chef pinkelt sie lustvoll und hemmungslos ihr ausgedientes Bett nass. Ein absoluter Fetischkick. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen